Dung, 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 dung. Da habt ihr einen Platz, oder so habt ihr einen Verdienst. Oha, dankeschön. Prost Schatz, auf die heutige Abfahrt. Ach und? Ziemlich kalt war's heute, aber taugt hat's mir trotzdem. Ja. Vor allem die vorne Abfahrt durch die Felsen, die war echt genial. Nein. Und hier bin ich jetzt schon. Sollen wir gehen? Das ist eh schon fast 6 Uhr. Zahlen, bitte schön. Was ist das? A klaselbosopiche. Ein klaselbosopiche. Ja. Ihr Diefel. Was ist das?